Hallo und herzlich willkommen zurück auf Mamas Kanal. Heute gibt es drei Verlosungen. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Genau, heute gibt es drei Verlosungen. Allerdings machen wir dann immer zwischendurch so einen Cut, weil wir immer die Namen raussuchen müssen und das wollen wir euch dann nicht zeigen. Dann muss ja nicht sein, dass ihr euch da langweilt. So, wir kommen zur ersten Verlosung. Das ist die 300 Abonnentenverlosung. Ja. Da hatte ich ja richtig schöne Sachen. Monique kommt gerade aus von der Arbeit. Ja. Richtig schöne Sachen für euch, ne? Den MP3-Player, den DM-Gutschein, die Palette und die Badefisser. Und sage und schreibe, Leute, 47, ich glaube, das ist neuer Rekord. 47 Leute haben mitgemacht. Ihr seid alle in der Steffi-Box. Wir ziehen jetzt die erste Gewinnerin und dann die nächsten beiden. Ja. Hast du noch was zu sagen? Viel Glück, Leute. Haha, genau. So voll, ne? Weil die Box noch lieb. Heute artet das echt aus mit Verlosungen. So, guckt rein. Wahnsinn, oder? Ja, Monique muss jetzt richtig wühlen. So, und Monique zieht eine Gewinnerin. Ich habe die unten. Ich habe die unten. Trommelwirbel. So, drüpf, drüpf, drüpf. Die erste Gewinnerin ist die Lady, äh, Lady, Lady bei 72. Nein, Lady, oh, Entschuldigung, das habe ich komisch geschrieben. Lady Brie 72, nicht, äh, Brie Wendekamp. Nein, Lady Brie 72. Ja. Wo haben wir dich denn stehen? Lady Brie 72, herzlichen Glückwunsch. Du hast die 300 Abonnentenverlosung gewonnen. Ähm, ich werde mich bei dir melden. Zwecks Adresse. Und dann kannst du mir die per E-Mail schicken. Und ich schicke dir dann halt das schöne Paket. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und, äh, wir melden uns gleich wieder zur zweiten Verlosung. Ja, genau, bis gleich. So, weil... Da sind wir, da sind wir wieder. Genau, weiter geht die lustige Fahrt. Und wir haben jetzt die Steffi-Box mit dem Hashtag Gurke. Ja, Gurke. Ähm, genau. Um die geht es jetzt. Und da haben mitgemacht 35. Also die Steffi-Box ist auch immer sehr, sehr beliebt bei euch. Ihr seid alle hier drin in der Box. Und wir wünschen euch jetzt viel Glück. Genau. Schauen wir mal, den Monik jetzt. Na? Ja. So. Mal gucken, an wen diese Steffi-Box geht. Ich habe jemanden. Das ist schön. Die Gewinnerin oder Gewinner? Die Claudia hat gewonnen. Die Claudia. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Steffi-Box mit dem Hashtag Gurke gewonnen. Ja, genau. Genau. Ähm, ich glaube, ich habe sie noch nicht, deine Adresse, oder? Naja, ich werde mich auf jeden Fall bei dir melden. Zwecks Adresse langsam kommentiert durcheinander. Ähm, und dann haben wir jetzt noch die letzte Verlosung. Genau, die letzte haben wir noch. Geht's um die Tasche von der Campus-Tüte. Die riesen Tasche, die gefüllt war. Also wir... Die riesen Tasche. Genau. Wir werden jetzt hier weitermachen. Ja. Und dann melden wir uns gleich wieder. Genau. Wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Genau. Zum dritten Video. Wie gesagt, es geht ja um die, äh... Ja. Es geht um diese Campus-Box. Genau, Campus-Tüte, die ja da gefüllt ist ohne Ende. Und ihr seid jetzt hier drin und mitgemacht haben da 30. So, die sind noch mal in hier drin. Viel Glück. Toll, Leute. Toll. Alles Jute. Mal gucken, wer das gewonnen hat. Und dann ist das mal gut für heute, ne? Ja. So. Der dritte Gewinner ist für heute... Keiner. Keiner oder niemand. Die Dana Rolf hat gewonnen. Dana Rolf, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Genau. Also, wie gesagt, bei denen, wo ich die Adresse nicht habe, werde ich mich auf jeden Fall melden. Wo ich die Adresse habe, dann geht es automatisch dann hin. Herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner. Genau. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt drei unterschiedliche Gewinner haben. Das ist echt super. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch nochmal. Genau. Und ja, jetzt sind wir fertig. Ja, jetzt sind wir fertig mit den Verlosungen. Ich hoffe, ihr kriegt das. Ich hoffe, ihr kriegt das. Was kriegen sie denn? Ja. Ich hoffe, ihr kriegt diese Sachen. Ja. Warum nicht? Meinst du, die Post schludert? Nein. Ja. Also, wir wünschen einen schönen Abend. Viel Spaß mit denen gewinnen. Und Monique sagt jetzt, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, Leute. Und alle, die nicht gewonnen haben. Ich habe immer noch, immer wieder eine Verlosung ist am Laufen. Jetzt haben wir auch wieder eine am Laufen mit, genau, mit den Hashtag Liebe. Schaut da auch mal rein. Da könnt ihr auch tolle Sachen gewinnen. Und jetzt auf Wiedersehen. Macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tada. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.